Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute geht es um unseren Linear Pro. Das ist unser Referenzwerkzeug für Profis. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, warum ist ein richtig guter Kopfhörerverstärker im Studio eigentlich so wichtig? Mit Kopfhörer hören, das ist wie mit einer Lupe sehen. Man ist dann an der Musik viel, viel näher dran als mit Lautsprechern. Und die Raumakustik spielt dann ja zum Glück keine Rolle. Die Qualität des Kopfhörerverstärkers umso mehr. Und warum sollte man in einen richtig guten Kopfhörerverstärker investieren? Mit einem weniger guten braucht man schlicht deutlich länger, bis man ein valides Ergebnis hat. Das liegt daran, dass ja diese feuchte graue Hardware zwischen unseren Ohren also sozusagen erstmal rausfiltern muss, was nicht wirklich zur Musik gehört, was nicht wirklich zum Signal gehört. Artefakte, Verfärbungen und so weiter. Mit einem schlechteren Kopfhörerverstärker trifft man auch falsche Entscheidungen. Das liegt daran, dass man damit zum Teil nicht wirklich bewerten kann, was denn jetzt nun der Müll ist, der weggefiltert werden muss und was nicht. Mit einem schlechteren Kopfhörerverstärker kann man sich auch nicht so lange konzentrieren. Das gilt für Musiker und für Engineers gleichermaßen. Die sogenannte Listening Fatigue, also Höherermüdung, schlägt dann deutlich schneller zu. Und man verliert zuerst seine Kreativität, dann lässt die Konzentration nach und dann macht man einfach verstärkt Fehler. Ja und jetzt zu einem richtig guten Kopfhörerverstärker, nämlich zu unserem Linear Pro. Das Besondere an unserem Linear Pro ist die sehr rauscharme Verstärkung, eine ausgezeichnete Transientenwiedergabe, eine sehr hohe Bauteilselektion, das ergibt ein sehr stabiles Stereo-Bild. Eine kraftvolle Klass-A-Ausgangsstufe, damit können auch leistungshunigere Kopfhörer betrieben werden. Besonders wichtig ist natürlich für die Profis, dass man damit sehr lange und sehr ermüdungsfrei hören kann. Da sagt zum Beispiel auch Anwender JP Weber aus Köln, er meint, wenn ich mit deinem Kopfhörerverstärker im Studio bin, kann ich mindestens zwei Stunden länger einspielen. Und der erfahrene Toningenieur Wolfgang Feder meint, wenn ich deine Geräte verwende, ist sehr schnell klar, was zu tun ist. Ich spare also wirklich Zeit. Die Instanz für Studiotechnik in der Presse ist seit ca. 40 Jahren Fritz Fay vom Studiomagazin. Er schreibt, der Kopfhörerverstärker von Lehmann Audio gehört nach meiner Ansicht in die Referenzklasse seines Genres mit einem entspannten, offenen, ausgeglichenen und detailtreuen Klangbild, das kaum Ermüdungserscheinungen befürchten lässt. Ja, die Meinung der Profis ist also eindeutig. Ich empfehle an der Stelle auch unsere Videos zu den Kalix Studios. Mögliche Frontplattenfarben beim Linear Pro sind schwarz und silber. So sieht der Linear Pro aus, wenn ihr ihn vom Fachhändler bekommt. Nach dem Öffnen der Verpackung sieht man das Gerät, das Netzkabel, die Bedienungsanleitung, den Geräteprospekt und weiteres Informationsmaterial. Und die Garantieregistrierung mit Umschlag, wenn das Gerät per Post registriert werden soll. Auf der Lehmann Audio Website ist auch eine bequeme Online-Registrierung möglich. Auf der Rückseite befinden sich die Netzbuchse, Sicherungshalter und Netzschalter und die beiden Neutrik XLR-Kombo-Buchsen mit vergoldeten Kontakten. Das heißt, man kann da XLR-Stecker anschließen und Klinkenstecker und das können auch durchaus unsymmetrische Signale sein. Das ist also problemlos möglich. Beim Linear Pro muss nichts eingestellt werden. Lediglich unempfindlichere Kopfhörer können es nötig machen, die Ausgangsverstärkung anzupassen. Das geschieht über DIP-Schalter auf der Unterseite des Gerätes. Man sieht das hier. Die DIP-Schalter sind kanalgetrennt vorhanden und müssen natürlich auch identisch eingestellt sein, um die Kanalbalance zu wahren. DIP-Schalter Nummer 1 sorgt für eine Maximalverstärkungserhöhung von 10 dB. Und wenn man beide Schalter aktiviert, indem man die nach oben schiebt, dann hat man eine Gesamtverstärkung von 20 dB. Der Linear Pro wird wie alle Lehmann-Audiogeräte komplett in Deutschland hergestellt. Und vor dem Einpacken wird jedes einzelne Gerät an unserem Audio Precision Messplatz auf Einhaltung der Spezifikationen überprüft. Übrigens haben die Firmen Sennheiser und AKG für herausragende Produktpräsentationen und Produkteinführungen sich auf unsere Geräte verlassen. Und die legendären Bauer-Studios in Ludwigsburg hören seit Jahren mit Linear Pro ab für Mischen, Mastering und Klangbeurteilung. Jetzt kennt ihr unseren Linear Pro. Wenn ihr mehr möchtet, eine messbare Verbesserung der Dynamik um ca. 10 dB, schwingungsabsorbierende Gerätefüße unten drunter und eine wirklich deutlich gesteigerte Audio-Performance, dann schaut euch unseren Linear 2 Pro an und lasst euch davon begeistern. Und Fritz Fey schreibt in seinem Testbericht klar und deutlich, ich würde das ohne Zögern und Bedenken als Meilenstein oder Durchbruch in der Kopfhörerwiedergabe bezeichnen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und nun viel Erfolg bei euren Produktionen.